Ein bisschen Platz haben wir noch auf der Festplatte, das heißt, einen Teil gibt es heute noch und ich hoffe jetzt wirklich inständig, dass ich wirklich noch heil zum Speicherpunkt komme, denn wenn nicht, müssen wir das alles nochmal machen. Und das wäre nicht schön. Drückt die Daumen, Freunde, drückt die Daumen. Nein! Ja toll, und das war's. Dadurch, dass wir uns hier nur Arschlarm bewegen können. Achtung, jawohl, und tot. Ach verdammte Scheiße. Ach nee. Guck dir an, wie viel Energie ich verloren habe auf dem kurzen Stück, es kann doch nicht sein. Ah. Diesem Scheiß hier. Ich ignoriere sie einfach. Man kann sie aber auch irgendwie nicht ignorieren, kann das sein? So, holen wir uns den Speedbus. Nee, bin ich bekloppt. Den Speedbus hab ich doch schon. Hier lang. Und den ganzen Scheiß noch mal. Samus. Ah. Also nochmal. Von vorne. Gucken wir uns das nochmal an. Grab. Hab ich gegrabt. Ich bin aber Grapper. Raus und wieder rein. Hoppla. Hopp. Machen wir das Ganze ein bisschen schneller mit kürzeren und schnelleren Sprüngen. So, jetzt warten, 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 warten. Na. Guck mal, jetzt ist das Bieste unten nämlich auch an. Raus und wieder rein. Na, irgendwann bin ich. Hopp, hopp, hopp. Oh. Boah. Vor Schreck gesprungen. Nein. Man muss auch rüberdrücken. Wupps. Wuppi, 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 wuppi. Na. Jeder hoch. Kürzen wir ab. Super, Michael. So, jetzt habe ich wenigstens ein bisschen mehr Energie. So, wo sind wir? Da oben muss ich nochmal in die Ecke. Da oben nämlich. Man kann es nicht abschießen. Das ist auch sehr lustig. So, jetzt haben wir nämlich die Karte hier aufgedeckt. Können hier raus. So, da unten. Wow. war ein Metroid. Mann, ey. Ähm, da, 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 da unten. Na, wir müssen ja logischerweise jetzt nur noch... Oder müssen theoretisch nur. Müssen theoretisch nur noch. Ah, mein Gehirn ist schon auf Urlaub. So, dann. Ach, ne, jetzt ist das hier. Ich brauche die Screw-Attack. Ich brauche sie ganz dringend. Diese Mistviecher. Guck mal, wie viel Schaden die abziehen. Wie viel Schaden die abziehen. Wie viel Schaden die machen. Komm mal rüber hier. Mein kleines, süßes Knupsi-Wupsi. Nein. Hat du mir das rausgesuppst? Hallo. Oh. Na also, geht doch. Ja, Energie. Danke. Gibt's hier irgendwas? Nein. Nur Lava. Woppla. Ist der jetzt aus dem Raum geflogen? Wie geil. Dass man daran auch denkt, dass... Wenn der Gegner... Komm, lass mich einfach raus hier. Ist doch nicht zum Aushalten hier. Nein, nein. Schon wieder. Schon wieder. Komm, Samus. Halt dich doch daran fest. Bitte. Oh. Nie wieder in diesen Raum. Nie wieder in diesen Raum. Oh. Und da unten geht's noch weiter. Ja, ja, ja. Aber dazu brauche ich meine... Meine, meine... Meine, meine Gravity-Suit? Äh, nee, äh, Barrier-Suit hab ich ja eigentlich. Aber, Moment mal. Barrier-Suit. Bietet zusätzlichen Schutz gegen Feinde und gefährliche Umgebungen. Hm. Da fehlt dann wohl noch einiges. Space-Jump-Speed-Booster haben wir. Okay, Boots haben wir jetzt komplett. Das heißt, äh, da fehlt uns noch einer. Hier fehlen uns noch zwei Sachen. Und beim Beam fehlen uns noch jede Menge Sachen. Gut. Ah, halt, Moment mal. Hier fehlt mir der nötige Anlauf. Der müsste hier... Genau das war nämlich... Ach, die kommen ja wieder. Ach, nee, warte mal. Ich komm doch jetzt hier durch. Oh. Haut endlich ab. Das. Moment, wo war es? War es hier? Nein, es war noch eins weiter. Hier war es. Aha. Oh. Ha. Wie geil ist das denn? Super Missile-Tank. Ah, okay. Danke. Aber das war immer noch nicht das Geheimnis, was ich da... Ähm, mir oben da angezeigt wird. Wo ist dieses? Ach so, hier oben hatte ich ja schon alles abgesucht. Aha. Aha. Okay. Ich muss also da durchrasen. Okay, ich glaub, das gelingt mir jetzt aber nicht mehr, weil ich mir da ja das... ...den Boden zerstört habe. Okay, probieren wir's. Jawohl, ja. Sehr schön. Und da sind wir nämlich jetzt auch am Spicer-Punkt. Gerettetet. Und wieder volle Energie. Sehr schön. Da oben gibt's nichts. Das ist immer ein bisschen suspekt, wenn da oben... Oh, oh. Wie komm ich denn jetzt hier wieder raus? Oh. 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 Und halt auf der Karte mal frei ist. Ne. Oh nein. Ach ja, da oben. Oh, natürlich. So, jetzt gehen wir ganz schnell hier rein. Ja, Baby. So, dann sind wir nämlich hier in dem System wieder und können hier hoch. Wieso leckte es gerade? Hehehehe. Tja, mein Freund, was hast du davon? Nein, da geht's auch nix. Gehen wir hinüber. Oh, diese Müspicher. Ja. Hoppala. Um Gottes Willen. Ne, die konnten wir auch in... In dem Original Metroid nicht abschließen. Oh, hallo. Hallo, Metroid. Okay. Nein! Hallo, was ist das denn? Oh, nee. Okay, danke. Da kommen wir natürlich nicht dran. Dass man da direkt runterfällt. Das ist ja gemein. Hallo, wer bist du? Ach, du bist ein Alpha Metroid. Na. Komm mal hoch hier. In den Puppes. Nein. Nein. Okay, Ram-Attacke. Und ihr seht, es ist im Gegensatz zu meinem ersten Metroid. Ist es, glaube ich, von der Steuerung ein wenig besser. Mann, aber... Kann sich auch mal treffen lassen. Das würde ich schön finden. Na gut, dann machen wir jetzt die Haruk-Attacke. Na, also geht doch. Bums. Und wieder eins weniger. Ah, da ist ein Geheimnis. Wow. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Mein Sechster. Schön. Jetzt habe ich schon mal die Summe erreicht, die ich gedacht habe, die es hier in diesem Spiel an Anzahl gibt. Aber man sagte mir, nein. Nein, es scheint wohl zehn zu geben. Aber es hat sich gelohnt, hier hinzugehen. Das heißt, wir sind hier in dem Trakt fertig. Ganz unten, da wo die Lava war, kommen wir noch nicht hin. Da müssen wir wohl anscheinend noch mal hier irgendwo ein Metroid besiegen, dass die Lava dann da sinkt. Das Metroid, da haben wir schon. Das haben wir schon. Tja, aber mehr sind hier nicht in der Nähe. Warte mal, haben wir hier irgendwas Neues? Ne. Durch. Durch. Oh, diese Viecher rasten aus. Egal durch. Jetzt geht es erstmal wieder zurück zum Speicherpunkt. Moment, das sieht sehr geheimnisvoll aus. Ne. Einmal machen. Brutal in die Stacheln rein. Hier, das Geheimnis hatte ich schon. Wow. Diese Dinger sind auch ekelhaft. Oh, seht ihr, was ich meine? Die verfolgen einen richtig. Kam ich hier? Nein, natürlich nicht. Das sind diese richtige Bremsgeräusche. Wow. Hier wieder Russ. Ah, okay, komm. Wir haben... Oh. Ich wollte gerade sagen, wir müssen hier nicht immer alles killen, aber wir müssen es killen, denn wir brauchen hier wieder Anlauf. Reicht das von... Nee, natürlich nicht. Oh. Ach, ich Idiot. So geht's halt. Wow. Da links haben wir genau das gekriegt. Das heißt, wir können jetzt hier wieder nach oben. Oder warte mal. Na. Na. Na, also. Wow. So viel Anlauf brauche ich zwar nicht, aber ist egal. Es ist eine Genugtuung, die Dinger jetzt einfach mal schön zu zernichten. Äh, vernichten. Was ist das für ein Scheiß? Oh, hell? Okay, hier ist es, glaube ich, einfacher. Ja, 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 ja. Ja, ha, ha, ha. Ah, wie ist das herrlich, wenn es funktioniert, was man sich so ausdenkt. Ha, ha, ha. Ähm. Da, 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 da. Da, hier geht's weiter. Okay. Oh, schon wieder die Dinger. Äh. Nur komm. Mach hier nicht so ein Terz. Äh, da geht's nicht rein. Äh. Ja, da ist noch so ein Vieh. Ach du Scheiße. Ja, mir geht's öfter so. Mir geht's aber gut. Ah. Und noch so ein Vieh. Warte. Eij. Gut gemacht, Samus. Scheiße gemacht. Okay. Was kriege ich, was kriege ich? Treff doch mal, Samus. Samus? Spacerbeam? Äh, wow. Wie geil, wie geil ist das denn? Gucken wir mal ins Menü. Ne, da haben wir nix. Gucken wir mal da. Ne, da unten. Spacer. Schüsse haben nun eine höhere Reichweite. Hä? Aber die Reichweite war doch schon im gesamten Bildschirm. Also, was willst... Na, okay. So soll es sein. Das ist das Geile. Hier bei Metroid 2, da hatte man auch... Zuerst am Anfang hatte man gar nichts. Und dann hatte man... Ähm... So ein... Ich will jetzt... Oh, ja! So einen etwas längeren... Ähm... Trakt. Wo man immer... Eigentlich fast nur nach oben... Konnte. Und in dem gab es eigentlich... Jede Waffe. Die so es in Metroid gibt. Ich raste aus. Ich raste aus. Wie ist das geil? Oh. Was ist... Ihren Pumps wieder hier auf dem Steinboden. Äh... Lass gucken, lass gucken. Wir sind ja fertig. Okay, also... Es gab hier unten... Zwei geile Neuerungen. Einen Energietank. Boah, richtig geil. Das heißt, wir müssen jetzt... Da... Hier... Genau. Nach oben zum Speicherpunkt? Ah ja, genau. Oh! Guckt euch das an! Nein, so... Oh! Wie ist das geil? Wie ist das geil? Äh, warte mal. Speicher. Um Gottes Willen. Ähm... 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 Jetzt will ich... Normalerweise könnten wir noch ein paar Minuten, aber... Ach komm. Wir machen jetzt noch ein paar Minuten. Dann will ich da oben den Raum noch komplett aufdecken. Und dann gehen wir da links zum Speicherraum. Dann machen wir Schluss. Und dann sind wir dann für den nächsten Teil bestens... Oh! Bestes... Bestens gewappnet. Meine Güte. Dass wir dann da... Hm... Weiter machen können. Junge! Machen wir es eben so rum. Jetzt habe ich Samus... Zum Jungen gemacht. Da... Wieso habe ich den... Okay... Moment... Ach nee, warte. Da unten waren wir doch schon. Das heißt, wir müssen hier hoch... Wow, 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 wow. Samus, nicht so schnell. Nicht so schnell. Ich komme nicht hinterher. Okay. Oh, hier sind doch überall bestimmt Geheimnisse... Nein. Ich hätte jetzt gedacht, die sind Geheimnisse. Gar nichts. Okay, schade. Wir haben den gesamten Raum aufgedeckt. Da waren wir, da waren wir, da waren wir. Das heißt, wir können zurück. Natürlich. Natürlich. Ich nehme jetzt jeden Gegner einmal mit. Äh, Moment, das war glaube ich... Ja. Wobei, ich konnte doch hier auch durch. Aber, vielleicht gibt es da ein Geheimnis. Nimm, 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 nimm. Hä? Moment, ist da vorne? Nee. Wie soll man das denn jetzt schaffen? Ich kriege doch gar nicht so viel Anlauf. Nimm, 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 nimm. Nee. Schade. Okay, heben wir uns für später auf. Oder vielleicht war das von hier. Ganz viele kleine Kuli bringen's. Aha. Oh nein. Aber ich wollte doch Schluss machen. Nein, wir machen Schluss. Gehen hier auf den Spider-Punkt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier bei dem ach so geilen Metroid 2 Remake. Also macht es gut. Bis dahin. NRW über 18. Adieu. Grü, Jun.